Hallo und willkommen bei Hardware Art. Hier das Update des 600 Euro Gaming Computers August 2015. Als Prozessor der Intel Core i5 4460 mit 4x3,2 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,4 GHz, 84 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit und er wird in der Boxperson geliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon dabei. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Spiele ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre locker ausreichen. Dann als Mainboard das MSI B85ME45 mit dem Intel B85 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4D der 3 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am IOPanel 2xPS2, 4xUSB2, HDMI, VGA und DVI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2xUSB3, eine LAN-Buchse und 3 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 8GB Kingston HyperX, DDR3-1600 und CL10 sind ganz okay, es ist ein Dual-Kit, was man kann in einem Dual-Gel-Modus betreiben und 8GB sind derzeit für Gamer mehr als genug. Und als Festplatte eine 1TB von Toshiba, es ist eine überschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 2GB Asus R9 270X, dank dem sehr guten Direct-CO2-Kühler ist sie ziemlich leise. Mit ihr soll man dann so gut wie alle derzeitigen Spiele auf mindestens mittleren Einstellungen flüssig spielen können. Dann als Netzteil das 400W LC-Power Gold. Es hat 80 Plus Gold, was sehr energiesparend ist und 400W sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Light-On. Und als Gehäuse das Sharkoon VS4V. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit einem vorinstallierten 120mm Lüfter. Außerdem hat es viel Platz für Komponenten, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 26,90€ zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen oder auf den jeweiligen Link klicken. Dieser wird euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.